Hallo und herzlich willkommen hier zur niegel-nagel-neuesten Ausgabe des TeleStammtisch, einer regulären Ausgabe. Und ich mache es kurz, bevor ich hier wieder meinen ganzen Standardtext runterratter. Den TeleStammtisch gibt es inzwischen in zwei Feeds. In diesem Feed, also in diesem RSS-Feed, den ihr gerade hört, in dem gibt es reguläre Ausgaben, so eine wie heute, in der einfach mal ein paar Leute zusammenkommen und über ihre Hobbys sprechen. Hier gibt es Interview-Specials und es gibt noch diesen zweiten Feed. In diesem zweiten Feed, da finden die ganzen Filmkritiken statt, die wir besprechen. Wir haben inzwischen eine Crew von circa 15 Leuten, die regelmäßig in Presseverführungen gehen, sich Streams zu Hause angucken oder auf andere Art und Weise irgendwelche Filme schauen und die dann für uns besprechen. Wir machen das manchmal im Team, manchmal machen wir das alleine. Also um es kurz zu machen, da geht die Post ab. Und wenn ihr Bock habt auf aktuelle Filmbesprechungen vorm Kinostart, dann guckt da unbedingt mal in den Stream rein, falls ihr euch gewundert habt, warum die Filmkritiken zurzeit nicht bei euch im Podcatcher auftauchen. Heute ist so eine ganz reguläre Ausgabe. Da kommen wir zusammen und plaudern einfach mal eine Runde über Hobbys. Man könnte sagen, über Gott und die Welt. Wir treffen uns quasi im Skype und gucken einfach mal, was passiert. Und ich habe heute wieder eine erlesene Auswahl an Gästen am Start. Das sind drei Kolleginnen bzw. Kollegen, die ja auch eben zwischen dieser größeren Telestammtisch-Crew zugehörig sind. Und ganz zu Beginn möchte ich die liebe Pia begrüßen. Hallo. Hallo Andi. Eine wahre Freude, dass du wieder am Start bist. Wie geht's dir? Mir geht es ganz gut, ja. Also wie immer eigentlich. Ja, du bist auch viel zu tun, aber das ist auch wie immer. Nichts Neues also. Wunderbar, offensichtlich eine frohe Natur. Mega nice. Dann ist noch jemand dabei, der jetzt auch bei den Filmkritiken schon dauernd am Start war. Der jetzt sogar seine Freundin mit schon in die Filmkritiken reingeschleust hat. Und der uns ursprünglich in Stuttgart ja quasi begegnet ist bzw. mir zum Interview. Ich begrüße ganz liebherzend, ich glaube das ist ein richtig cooles Wort, das behalten wir drin. Es scheint es nicht raus. Moin Andi. Moin Moin. Na, wie ist es? Ach ganz gut, ich mache jetzt nochmal mit, obwohl ich ein bisschen kränkele, aber ich wollte ein bisschen mit euch quatschen, bevor ich einfach nur alleine zu Hause rum sitze und nichts mache. Sehr, sehr gut. Der Tele stammtisch als Therapie. Wunderbar. Jo, und Nummer drei in der Runde ist jemand, der bei uns eben auch bei den Filmkritiken häufig schon dabei gewesen ist, den ihr jetzt ganz aktuell am Donnerstag in der Besprechung hören könnt. Und auch dich möchte ich herzlichst begrüßen. Moin Dominik. Marvind. Guten Tag. Ja, guten Tag auch. Du bist ja ganz aktuell auch voll mittendrin standen wo dabei. Ich habe gestern Abend noch Dateien von dir und Patrick bekommen. Ihr habt ja mal eben so eine Stunde über zwei Filme gesprochen, die thematisch sehr nah aneinander liegen. Da bin ich mal mega gespannt. Das ist ja schon mehr als nur ein Singlecast, wo mal Leute so fünf bis zehn Minuten über den Film plaudern. Ihr müsst da eine richtige Diskussion entfacht haben. Worum ging es denn in diesem Gespräch? Es ging ja um die beiden Filme zu dem Massaker auf Utoya, also diesem von dem norwegischen Rechtsextremisten. Und es gab ja zum einen den Netflix-Film 22. Juli. Der lief letztes Jahr im Oktober, kam ja zu Netflix. Und davor gab es noch einen anderen, dann direkt aus Norwegen. Ja, und wir haben halt beide besprochen. So halt, also jetzt nicht miteinander abgeglichen, aber das hat sich halt wunderbar ergänzt thematisch. Und es gab durchaus, also es sind beides durchaus kontroverse Werke, würde ich sagen. Also es ist ja generell schon irgendwie die Grundfrage, ob man überhaupt sowas verfilmen muss. Und vor allem der Film aus Norwegen hat halt schon einen relativ radikalen Ansatz. Und da konnte man sich sehr gut drüber austauschen. Da bin ich gespannt. Ihr habt mir das beide zugeschickt. Und ich glaube, das müssen wir auch entsprechend gebührend irgendwie dem Ganzen auch eine Plattform geben. Deswegen kriegt ihr da auf jeden Fall eure eigene Ausgabe zu. Denn mit einer Stunde Material, denke ich, da kann man sich ordentlich drauf einlassen. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank schon mal. Und was das genau ist, was die Jungs da aufgezeichnet haben, das kriegt ihr nur raus, wenn ihr den zweiten RSS-Feed abonniert. Also macht das mal unbedingt, dann ihr merkt schon, da verpasst ihr sonst einiges. Das wäre doch voll schade drum und so. Heute ist es wieder so, dass jeder seine Themen so ein bisschen selbst mitgebracht hat. Wir gucken mal, was passiert. Und ich muss aber sagen, ich habe bei so ziemlich allen Themen das Gefühl, da kann jeder hier in der Runde ein bisschen was zu beitragen. Und unter anderem soll es heute gehen, um eine der gefühlten mindestens 100 Superhelden-Serien, die es in letzter Zeit so gab. Da gibt es ja wirklich nicht echt eine Menge. Also Pia, wenn wir mal gemeinsam ein bisschen drüber nachdenken wollen. Ist es überhaupt noch möglich, alle Superhelden-Serien zu gucken? Weiß ich ehrlich, ich glaube, ich habe viele gesehen oder alle gesehen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es sind gar nicht so viele. Ich glaube, wir sind einfach nur im Thema drin und das kommt uns viel vor. Ich stelle dir mal vor, wie viele Krimiserien es gibt oder romantische Serien oder, weiß ich nicht, Dramaserien. Da gibt es genauso viele oder noch mehr, also bestimmt mehr. Und das kommt uns einfach nur gerade so vor, weil der Trend mehr in das Mainstream reingeht, habe ich das Gefühl. Also eine viel größere Masse wird darauf aufmerksam und da wird mehr drüber gesprochen im Internet einfach. Ja, es sind halt, ich weiß nicht, aber wenn man so ein bisschen drüber hört, hast du Black Lightning gesehen? Black Lightning habe ich gesehen, ja. Auch gesehen, okay. Das wäre jetzt eine, wo ich gedacht habe, die hat nicht jeder auf dem Schirm gehabt. Aber wenn du die auch gesehen hast, ist gerade, und hast du Green Arrow komplett geguckt? Ja. Okay, ich merke, du hast die wirklich alle gesehen. Ja, also ich bin, ja, so Green Arrow, also was heißt, also die, die gerade in den USA laufen, da bin ich gerade nicht up to date. Also früher habe ich die tatsächlich, die letzten zwei Staffeln von Supergirl, Arrow, Legend of Tomorrow und Flash, habe ich tatsächlich auf Amazon gekauft. Also da gab es so einen Staffelpass. Das bedeutet, du konntest direkt nach dem Release, nachdem das in den USA draußen ist, hast du die Folge dann auf dem Schirm gehabt. Das hast du irgendwie 30 Euro oder so gezahlt und konntest dann immer auf die nächste Folge warten. Aber das bieten die gerade mit den neuen Staffeln, die ganz aktuell sind, nicht an. Das ist sehr schade. Da gibt es schon irgendwie Gerüchte, ob die irgendwie im Twist mit DC sind oder so. Ich weiß es nicht, was da los ist. Man kann auf jeden Fall zur Zeit einen Staffelpass nicht kaufen. Man kann die Folgen aber einzeln kaufen. Das mache ich aber nicht. Das ist mir dann doch zu teuer, weil du dann pro Folge irgendwie, weiß ich, drei Euro oder so zahlst. Und bei 20, 22 Folgen ist das mir dann doch zu viel. Das ist definitiv eine Menge Kohle. Ich habe irgendwie einen Teil der Flash-Sachen mir bei Prime eben angeschaut, was da so gibt. Ich habe auch, glaube ich, einiges gesehen, aber bei weitem nicht alles. Anni, wie sieht denn das eigentlich bei dir aus? Du bist ja nun auch quasi Comic-Künstler. Hast du auch die TV-Umsetzung ein bisschen im Blick? Da bin ich eigentlich ziemlich auf Marvel geschränkt. Also Daredevil, Punisher, Jessica Jones. Ich habe mal ein bisschen Flash geschaut und auch Gotham. Aber da bin ich keineswegs up-to-date. Gotham fand ich eigentlich ganz witzig. Aber irgendwann habe ich dann den Anschluss verpasst und ich bin zurzeit eh nicht so der Seriengucker, weil du mich so oft ins Kino schickst. Ja, aber es ist ja eigentlich doch ein geiles Zeichen. Ich meine, es gibt im Kino definitiv mehr als eine Handvoll Superheldenfilme im Jahr. Diverse große Studios bombardieren uns förmlich mit Blockbustern, so gefühlt, was ich ganz geil finde. Die Serien finde ich per se auch interessant, aber das ist dann so zeitlich schon mega anstrengend. Und da ist doch cool, weiß nicht, da leiden doch dann andere Sachen drunter. Ich meine, Dominik, um dich mal noch mit ins Boot zu holen, bist du so der Seriengucker? Interessieren dich vielleicht die Superhelden-Serien auch ein bisschen? Ähm, Superhelden-Serien jetzt nicht im Speziellen. Ich bin durchaus ein Seriengucker. Ich habe zum Beispiel, also um jetzt auch mal ins DC-Boot zu steigen, ich habe die Hälfte, glaube ich, der ersten Staffel Gotham gesehen. Und meine Freundin hat sie so Getty-Pleasure-mäßig weggeguckt auf Netflix und ist jetzt aber irgendwie mit der vierten Staffel dann endgültig raus, glaube ich. Also sie war da nicht so wirklich begeistert von. Dings hat sie, glaube ich, noch bei der Stange gehalten. Ähm, hier Jerome, glaube ich, den Cameron Monaghan spielt. Also diesen Maybe-Joker. Ja, also Gotham ist eigentlich die beste DC-Serie aus der Reihe, finde ich. Also deshalb verstehe ich das gerade nicht. Die sind nicht ziemlich gut. Aber Gotham gehört nicht zum Arrowverse, glaube ich, oder? Nö, macht ja nichts. Aber von den DC-Serien ist sie, finde ich, die beste aktuell. Also ich kann da halt nur, ich habe die erste Hälfte der ersten Staffel, wie gesagt, gesehen und die fand ich so ein bisschen, ja. Sie ist halt, der Serie merkt man durchaus an, dass, also die Comic-Wurzeln kommen da halt sehr durch. Das kann man bewerten, wie man möchte. Aber, also ich fand die von der Ausstattung oder von der Optik, fand ich die halt sehr kurios. Ähm, aber ich weiß nicht, irgendwann hatte sie mich verloren. Es kann auch sein, ich habe mir die irgendwie vor zwei Jahren oder was auf Netflix mal angeguckt. Äh, da war ich irgendwie ziemlich, ziemlich krank und hatte unendlich viel Zeit zu bingen. Und, äh, ja, so wahnsinnig viel weiß ich da jetzt auch nicht mehr von. Ja, also Gotham. Die geht jetzt auch zu Ende, glaube ich, ne? Oder? Ja, die hört, glaube ich, nach der fünften Staffel auf oder so. Aber ich glaube, das war auch schon vorher geplant. Also das, die ist eigentlich sehr erfolgreich. Ähm, aber irgendwann hat das ja auch mal ein Ende, weil ja der Junge auch irgendwann mal erwachsen wird, ne? Also das geht dann ja nicht so ewig lange weiter. Ähm, aber Gotham hat halt so viel Interaktion mit den Bösewichten, ne? Also es geht mehr so um die Bösewichte, um das, ähm, Gotham, ähm, Police Department. Und, ähm, das ist sehr, also es hat wenig mit Helden zu tun. Das hat halt mit dem jungen Bruce Wayne zu tun und sehr düster angehaucht, sehr brutal. Und deshalb finde ich die Serie auch extrem gut, weil auch so viele Bösewichte, die ich teilweise auch noch gar nicht kannte, weil ich ja erst seit drei Jahren so wirklich in einem Comic-Metier dabei bin. Aber es macht auch dann neugierig, ähm, auf, auf die Comics und auf mehr und so weiter. Und, äh, finde ich super, super genial. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, ich hatte das so im, äh, virtuellen Flurfunk mitbekommen, dass jetzt eine Alfred Pennyworth-Serie kommen wird? Ja, das hab ich auch gehört. Eine Prequel-Serie quasi, wo man vermutlich seine Ausbildungszeit ein bisschen in den Fokus rückt, ja. Mit demselben Schauspieler? Nee, nee. Äh, nee, 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 der nicht. Den, den fand ich ja echt cool, muss ich sagen, in der Serie. Ja. Also der hat ja sowas, der ist so die perfekte Mischung aus, ähm, ja, äh, vital, aber erfahren, könnte man sagen. Also er ist jetzt nicht, weil, also Michael Caine war ja schon ziemlich alt, zum Beispiel in den Dark Knight-Filmen. Und, äh, äh, Dings hat dann eher noch in diese Kerbe geschlagen. Sagen, Jeremy Irons dann jetzt zum Beispiel in den, äh, Snyder-Filmen. Naja, man muss sich ja vorstellen, Gotham spielt ja auch 20 Jahre früher oder 15 Jahre früher. Da ist er dann noch ein bisschen jünger. Also müsste er ja sein, der Alfred. Aber Bruce wird doch dann im Verlauf der Serie dann auch zu Batman, oder? Ich weiß es nicht, so weit bin ich noch nicht. Ach so, sorry. Ich glaub, so weit sind wir alle noch nicht. Spoiler? Ja, ich, er hat es nur irgendwie mal gelesen, glaub ich. Das ist doch kein Spoiler, nee, das weiß ja jeder. Aber ob er es dann dann auch, ich glaube aber nicht, weil, ähm, in den Comics ist er ja, also wenn man es jetzt comicgetreu macht, hat er ja erst mal eine Weltreise gemacht, ne? Und dann hat er sich erst mal weitergebildet und hat jahrelang trainiert. Das geht ja gar nicht. Und der ist ja in der Serie, wie alt ist er da? 14, 15, 16? Ich glaub, im Laufe der Serie wird er dann 17, 18 oder so. Und er ist dann auch viel zu jung. Da war er, da war ja Batman, glaub ich, erst mit 25 oder so. Also, das würde gar nicht passen. Ja, er ist ja in den Comics, glaub ich, seit ewigen Zeiten Mitte 30 oder so, ne? Also so ein bisschen, so ein bisschen wie bei den Simpsons die Kinder, die nie älter werden. Ja, ich glaub, in den Comics pendelt das immer so zwischen 25 und 35, weil ja seine Robins ja auch immer älter werden. Irgendwie. Ja gut, stimmt. Ich weiß es nicht. Irgendwann ist er dann auch mal, ich hab keine Ahnung, das geht mir noch zu weit. Das ist ja 70 Jahre, ach ne, 80 Jahre Comic-Geschichte. Ja, spätestens seitdem, seitdem, ja quasi Reboot in den New 52, ergibt das alles überhaupt keinen Sinn mehr. Also, es gibt einen riesen Zeitparadox. Das so viel kann ich mal an der Stelle mal einwerfen. Das macht einfach keinen Sinn mehr. Ja, also klar, okay, so Figuren sterben halt nicht und werden nicht alt, die sind halt jetzt, also der ist maximal 40 und der ist eben auch schon seit 30 Jahren maximal 40, verstehst du? Also da ist jetzt nichts Besonderes und gerade eben, wenn man sich vor Augen hält, was für Robins er hat, was für Ausbildungszeiten diese Robins hatten, wie lang er ungefähr mit welchem Robin zusammengearbeitet haben muss, was es da auch so ungefähr an Geschichten gibt und so, dann ergibt das vorne und hinten keinen Sinn. Das muss man einfach schlucken. Das ist halt jetzt einfach so, dass das einfach total crazy ist. Aber ist das nicht so, dass der maximal so ein halbes Jahr mit den Robins trainiert? Die gehen dann doch so ein automatisches Training durch, so ein Training, was er selbst dann aufgenommen hat in so einem Holodeck und dann machen die das so ein halbes Jahr lang, nur von morgens bis abends trainiert und dann sind sie voll der Martial-Arts-Kämpfer im Blute mit mehreren Stilen und so weiter, was auch eigentlich total unlogisch ist. Aber ist das nicht so, dass die dann voll schnell, voll gut kämpfen können? Also ich glaube jetzt einfach mal, dass die eine ganz krasse Ausbildung kriegen, aber ich sag mal so, als damals Dick Grayson eingeführt worden ist, da hat der garantiert in keinem Holodeck trainiert, denn das Ganze ist eine Sache, die damals einfach unvorstellbar war und deswegen in den Comics nicht aufgetaucht ist. Es gibt in aktuellen Comics, wenn man sich eben aktuelle Sachen anschaut, beispielsweise kann ich mich erinnern, das war sogar noch vor den U52 in den Outsiders, da haben wir auch schon so Trainingsszenarien oder wir haben in einzelnen Comics generell auch so Holo-Sachen, insbesondere aktuell auch bei der Rebirth-Serie ist da bei Detective Comics ganz viel mit diesem Holo-Trainings-Dingsbums in diesem Glockenturm, aber letztlich ist das eine relativ moderne Erscheinung, modernes Element, das sie da bei den Batman-Comics benutzen. Das war jetzt noch lange nicht immer so, also überhaupt die Idee von Holodeck, sag ich mal, die ist relativ spät erst in den Batman-Comics aufgetaucht. Das ist jetzt ein Weg, das vielleicht so ein bisschen zu beschleunigen, aber ich meine, es gab allein schon pro Robin mehrere Ausgaben und Geschichten, wo Weihnachten ist, ja, und einmal Weihnachten ist ein Jahr, so, und wenn man einfach nur so versucht, ein bisschen Systeme anzubringen, dann stößt man da an gesunde Grenzen und ich glaube, das sollte man einfach dann nicht so eng sehen. Und, ja, deswegen haben wir kurz mal einen Einwurf gemacht zu den, ja, zum zeitlichen Verlauf bei Batman, aber wir waren ja eigentlich bei den Serien stehen geblieben und da gibt's eben eine ganze Menge und ich hab gefühlt, ganz viel noch nachzuholen. Ich hab zum Beispiel viel mal Agents of S.H.I.E.L.D. gesehen und hab's leider nicht geschafft, mir die aktuellen Staffeln zu geben und jetzt ganz aktuell gibt's was. Oh, die ist auch gut. Ja, echt. Die ist auch gut, die Serie. Ganz ehrlich, ich fand auch, ja, dieses Forscherpärchen, also das war, ich fand das echt schön. Ich stehe überhaupt nicht unbedingt auf so Liebesromantik-Dinger, aber dieses Forscherpärchen bei Agents of S.H.I.E.L.D. in den ersten Staffeln, das hat mir echt gut gefallen. Ja, also die ganzen Staffeln sind klasse, super. Also ich bin da später ein bisschen rausgekommen, weil ich keine Möglichkeit hatte, die zu gucken. Ich hatte mein Sky-Abo nicht mehr und irgendwie liefen die nirgendwo, sondern nur auf Sky und ich wollte dann warten, bis die dann auf Blu-ray draußen sind und dann wollte ich sie mir dann wahrscheinlich holen. Irgendwie, keine Ahnung, ich bin da irgendwie nicht, da nicht mehr so hinterher. Aber sonst sehr, sehr gut. Jetzt, jetzt dann doch wieder Serien auf Blu-ray. Um kurz dazu zu grätschen. Ja, wenn ich da nicht anders rankomme. Ja, das wird ja dann eventuell die Zukunft sein, ne? Sag ich mal. Also das, äh, ich, äh, also um das mal kurz einzuwerfen, äh, hier mit diesen, weil ihr hattet ja auch grad über die ganzen Marvel-Serien gesprochen von Netflix, die werden ja jetzt ein nach dem anderen irgendwie gecancelt, ne? Wie ich das mitbekommen hatte. Ja, aber nur wegen DC Universe wahrscheinlich, ne? Wegen dem US-Pay-TV-Sender, falls die Zuhörer davon noch nicht gehört haben. DC Universe ist ja da online und, ähm, die ziehen wahrscheinlich da überall ein bisschen was ab, ne? Damit sie das da online zeigen können. Ich weiß, also es vermutet, ich weiß es nicht, es ist nicht bestätigt. Ja, ich meinte jetzt die, die, die Marvel-Serie meinte ich jetzt, weil das hängt ja mit Disney Plus zusammen. Achso, ja, kann auch sein. Also das selbe Problem wahrscheinlich, ja. Die, die laufen dann jetzt aus den Lizenzen und, äh, ist ja auch die Rede davon, dass hier, also, äh, die will ich mir tatsächlich ansehen, Daredevil, äh, da bin ich echt mal gespannt drauf, weil, äh, ein Kumpel hatte mir irgendwann mal, glaube ich, ne Szene völlig aus dem Zusammenhang gezeigt, da gab es einen megageilen Kampf, äh, irgendwie in einem, in einem Treppenhaus oder was, als Plansequenz und das sah so geil aus, das hatte schon wirklich so John-Wick-Vibes bei mir. Und, äh, zitierte Hallways. Ja, ja, also Daredevil ist vom Kampf, von der Kampftechnik, also von den Sequenzen und der Choreografie extrem genial, deshalb gefällt mir die Serie auch so gut. Die geht dann auch eher so ein bisschen in die Batman-Richtung, ne? Also nicht so, so Marvel-typisch, sage ich jetzt mal. Schon sehr düster, ja. Was heißt Marvel-typisch? Ich finde eigentlich alle Serien von Marvel eigentlich relativ düster. Ähm, ich finde nur die, die Filme, also die Filme und die Serien haben ein anderes Tenor, also die sind unterschiedlich. Ja, ja, das ist mir, das fällt auch ganz kleins Auge. Also, ähm, ich muss zugeben, dass ich dann vielleicht auch die Serien durchaus dann reizvoller fände. Also mit den Filmen bin ich irgendwie, werde ich nicht mehr glücklich, glaube ich. Hast du Jessica, hast du Jessica Jones gesehen, die Serie? Die möchte ich noch sehen. Weil die ist ja, die ist ja total düster. Also die finde ich zu krass düster. Das hat mir wiederum nicht gefallen. Die ist doch... Ja, also weil die Frau, die ist ja total kaputt, ne? Die, die, die säuft ja, die, die hat wilden Sex mit irgendwelchen Leuten, die hat so ein schäbiges Büro und, also die ist völlig kaputt, ne? Und, und die will auch keine Superheldin sein. Da denke ich mir, hä, wieso soll ich mir eine Superheldin-Serie angucken mit einer Superheldin, die keine Superheldin sein will. Ne, also, aber, aber viele finden die Serie auch richtig toll, ne? Ja, das ist aber nicht so mein Ding gewesen. Also ich kenne jemanden, äh, beim Moviepilot, der auch eine regelmäßige Kolumne schreibt. Ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt. Mr. Vincent Vega heißt der überall im Netz. Und, äh, der führt ja gerade zu einem, äh, äh, argumentativen Feldzug gegen, gegen das, äh, Marvel Cinematic Universe. Aber Jessica Jones hat den irgendwie gekriegt, glaube ich. Also so als absoluter Marvel-Gegner. Die Serie hat der, glaube ich, dezent gefeiert, wie ich das mitbekommen habe. Ja, die sticht auch extrem raus aus den, aus den Serien. Ja, die fällt schon raus, würde ich sagen, ne? So rein aus dem, aus dem Katalog einfach. Aber bei dieser Spielzahl an Comic-Serien und Superheldin-Serien, da musst du doch irgendwie auch rausstechen. Das können doch nicht alles einfach nur so Alpha-Tiere sein, die alleine die Welt retten müssen. Das geht doch gar nicht. Du musst doch irgendwie, ja, sag ich mal, besondere Facetten und Charakterzüge haben, die deinen Charakter oder insbesondere die Darstellung dieses Charakters so ein bisschen zu was Besonderem machen. Also, das ist halt... Ja, zum Beispiel, ja. Geht ja nicht anders. Ich meine, keine Ahnung, wenn wir uns zum Beispiel angucken, Supergirl zum Beispiel, habe ich jetzt die komplette erste Staffel gesehen. Aber das ist halt aalglatt. Das könnte jede andere Serie auch sein. Das könnte auch genau genommen, könnte das auch eine Weiterentwicklung der, der Smallville-Serie sein. Das ist einfach aalglatt. Da ist überhaupt nichts Besonderes. Aber das ist ein Stück weit eben auch der Fluch, der diesen Supergirls und Supermans eben auch verliegt, dass sie halt eben als die Pfadfinder optimal perfekte Figuren sind. Aber eben so ein bisschen spannendere Figuren, wie sie zum Teil eben hier bei diesen Marvel-Serien mit drin sind. Oder Legion ist ja auch eine Superhelden-Serie aus dem Marvel-Universum, insbesondere eben aus dem X-Men-Bereich, mit einer sehr interessanten, ambivalenten Figur. Aber das musst du schon irgendwie heutzutage, glaube ich, machen, wenn du nicht im großen Matsch untergehen willst. Moment, aber zu Supergirl muss ich noch was sagen. Also die erste Staffel, also ich habe auch da alle Staffeln gesehen. Die erste Staffel, da hatte ich aber das Gefühl, die weiß noch nicht so, in welche Richtung sie gehen will. Also die war wirklich zu perfekt, so die Staffel. Und da wurden auch sehr viele Reden gehalten, halt über Frauen, über die Stärken von Frauen, sehr viel Feminismus und Optimismus und alles Mögliche. Und da dachte ich mir so, oh mein Gott, muss ich mir das echt antun? Und dann die zweite Staffel war dann schon wesentlich besser. Dann wurde auch ein neuer Charakter integriert. Aber die geht dann schon, also man merkt dann schon, dass sie nicht perfekt ist, die Frau. Also die macht dann auch schon Fehler. Und man weist dann natürlich auch darauf hin, dass man sich so nicht verhalten soll und so weiter. Also das ist eher so, wirkt so für mich auch wie so eine Coming-Age-Serie, so für Frauen. Ich glaube, da wird auch eine andere Zielgruppe angesprochen. Ich hatte nur mitbekommen, dass John Cryer jetzt gecastet wurde, irgendwie als Lex Luthor für die Serie. Irgendwas hatte ich gelesen davon, meine ich. Also hier, aus Tone Half Man, John Cryer. Ach so, der, ja. Was willst du damit sagen? Ist es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ja, fand ich jetzt halt nur so kurios, weil man ja nichts mehr großartig von ihm gesehen hat. Und ihn ja eigentlich dann auch eher so, also ich frage mich dann halt, wie dann so seine Interpretation von der Figur ausfallen würde. Und wie das jetzt dann für euch Comic-Fans dann zum Beispiel ist, also die ihr halt die Figur sehr lange kennt und auch wahrscheinlich viele Inkarnationen. Weil ich muss zugeben, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was man so von John Cryer kennt, dann könnte ich mir vorstellen, dass sein Lex Luthor so ein bisschen in die Kerbe von Jesse Eisenbergs schlagen könnte. Ich weiß es nicht. Mich stört das generell in der Supergirl-Serie, dass diese Thematik Frauen, dass das so krass, also überhaupt so krass thematisiert wird. Auch die Gegenspieler sind in dieser Serie meistens dann auch Frauen. Die Freundinnen von Supergirl sind irgendwie meistens Frauen. Also ganz wenig Männer, die eine große Rolle spielen. Und wenn sie dann da sind, sind das irgendwie nur Beiwerk und haben nicht so viel zu sagen. Selbst da, die Romanzen, die da sind, sind auch sehr seltsam. Deshalb finde ich das gut, dass Lex Luthor dazu kommt. Aber der wird wahrscheinlich auch nicht viel zu melden haben in der Serie, so wie ich die kenne. Weil es ging ja, in den ersten Staffeln ging es um die Schwester von Lex Luthor. Ich wusste auch nicht, dass es da eine Schwester je überhaupt gab. Vielleicht wurde sie auch nur für die Serie erfunden. Die gab es, die gab es schon länger. Die sitzt im Rollstuhl und er ist da nicht ganz unschuldig dran. Achso, die sitzt im Rollstuhl. Okay, in der Serie sitzt sie zum Beispiel nicht im Rollstuhl oder noch nicht. Ich weiß nicht, ob es noch passiert. Keine Ahnung. Und dann auch diese ganzen Gegenspieler. Es sind immer nur Frauen, 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 Frauen. Und ich meine, Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin auch so eine Art Feministin. Also ich mag das, wenn starke Frauen mal in den Vordergrund gerückt werden. Auch als Vorbild und so. Aber man kann auch übertreiben. Echt, man kann auch übertreiben. Wirklich. Und es gibt halt so eine Art Romanze. Ich will jetzt nicht spoilern, die halt zwischendurch auch stattfindet. Aber Augenmerk liegt immer auf Supergirl und der Typ, der tritt nicht, auch selbst wenn es um Kämpfe geht oder so, wird sie halt immer in die Mitte des Bildes gerückt und, weiß nicht, er kriegt noch nicht mal sein Kostüm, weißt du, das ist so, oh, der stört mich schon wieder. Ich will auch, als Frau will ich auch einen Mann irgendwo sehen, den ich auch so ein bisschen anhimmeln kann, weißt du. Da denke ich mir so, was soll das dann? Dann casten sie für, irgendwie verknüpfen sie es dann doch wieder mit dem aktuellen DC-Universe im Kino und dann hat Jason Momoa einen Gastauftritt. Bestimmt, dann bist du glücklich. Naja, auf jeden Fall war da auch ein Schauspieler, ein Supergirl dabei, den ich schon aus Vampire Diaries sehr, sehr mochte. Er hat da sehr, sehr geniale schauspielerische Leistung gebracht. Er hat da einen Bösewicht gespielt, Chris Wood heißt er. Und ja, und da war er halt ein Supergirl und hat da aber auch nicht viel machen können. Naja, und deshalb habe ich auch Sorge, dass die die Batwoman-Serie, weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt, die ja bald kommen soll, dass die vielleicht auch zu feministisch sein wird. Und dass auch, dass die da auch so übertreiben. Ich habe da ein bisschen die Sorge, aber da will ich jetzt nicht zu viel spekulieren. Da war doch auch irgendwie ein Riesentheater drum, ne, irgendwie, dass das eine, äh, äh, wie war das nochmal? Das ist ein Internet-Mob schon wieder. Ja, 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 ja. Also sie wäre angeblich nicht, also sie, sie hatten eine lesbische oder, oder Bi-Frau irgendwie gesucht, weil, weil der Charakter selber auch irgendwie so ist. Und sie wollten mal ein bisschen, ähm, wie nennt man das, wenn man Leute sucht, die auch mal ein bisschen unterschiedlich sind und so, dass man sich immer noch nicht nur auf Heterosexuellen kritisiert und so weiter. Divers. Ja. Richtig, genau. Und das wollten die da wohl irgendwie ein bisschen durchsetzen. Und dann haben sich, irgendein Internet-Mob hat sich dann beschwert, dass sie, dass sie nicht lesbisch genug sei angeblich. Also sie haben sie voll gemobbt aus, aus unerfindlichen Gründen. Ja, und da ist der ganze Internet-Mob wieder auf sie, äh, drauf gehetzt. Und da hatte sie, glaube ich, sogar ihr Instagram- oder Twitter-Account dann löschen müssen oder stilllegen müssen. Weil das natürlich auch, äh, grässlich war und ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, was da los war. Das ist, ähm, du brauchst ja nur mit irgendwas im Internet kommen, irgendwas erzählen. Dann springen alle drauf rein, weil sie Langeweile haben, nichts zu tun haben, depressiv sind oder whatever. Ähm, damit sie irgendjemanden haben, worauf sie rumhacken können. Das ist wie, weiß ich nicht, ihr kennt ja doch den Film, die Schöne und das Biest, ne? Da ist der Biest, der, das Biest im Schloss und dann kommt dann der ganze Mob aus dem, aus dem Dorf mit, mit, äh, Heugabeln und Fackeln und stürzen dann auf, auf das Schloss drauf, um das Biest dann irgendwie abzufackeln, nur weil es halt eben anders aussieht oder was auch immer, ne? Und so hab ich das Gefühl, benimmt sich das Internet regelmäßig. Da ist irgendwas, du brauchst nur irgendeinen Grund, halt, ähm, irgendwie ins Internet setzen. Dann musst du das irgendwie dann streuen, dann hat das irgendwelche Likes und dann bildet sich ein Mob und dann sind sie alle drauf. Aber das ist eigentlich ein ganz guter Moment, um da vielleicht mal auch diese Parallelen zu den Themen, die wir heute noch haben, mal zu ziehen. Denn, das ist ja genau so eine Beobachtung, wie du sie gemacht hast, haben wir jetzt ja aktuell schon wieder. Wir haben nur mal so ein paar Namen zu nennen, erwarten uns in Zukunft ja noch weitere Serien, unter anderem die Doom Patrol ist ganz aktuell angekündigt. Jetzt startet die Tage die Serie The Umbrella Academy. Wir wissen, dass es mit Krypton bald losgeht. Und in all diesen Fällen gibt es irgendwelche Promo-Bilder, das sehen Leute, finden es mega kacke und machen einen riesen Shitstorm aus der Geschichte, ohne auch nur eine wirkliche Szene gesehen zu haben. Genauso ist es auch gewesen vor einigen Monaten bei Titans. Wenn man sich das mal anguckt, was da die Kollegen teilweise auch berichtet haben. Wir waren doch alle sehr skeptisch, was Titans betrifft. Da war unter anderem eine Star Sapphire zu sehen, die eben aussah wie eine Drag Queen. Wir hatten einen äußerst brutalen Robin zu erwarten, laut Trailer. Der eben nicht so handelt, wie wir den Robin gewohnt waren. Und eben noch eine Handvoll weitere Figuren, die zumindest so im ersten Anschein her nicht unbedingt sonderlich comic-nah ausgefallen sind. Und da gab es schon viel Trouble. Jetzt hat sich meiner Auffassung nach das Bild ein bisschen geändert. Titans ist erschienen. Du hast es auch geguckt, Pion, und wirst uns da gleich ein bisschen was von erzählen. Und ich habe so das Gefühl, dass die Wahrnehmung der Serie inzwischen deutlich positiver ist. Warum sollten also nicht auch Serien, von denen wir jetzt eher vielleicht so ein paar Vorurteile mitbringen, wie zum Beispiel aktuell, ganz aktuelles Beispiel, gibt ein neues Foto vom Lobo, der wohl bei Krypton zu sehen sein wird oder in der zweiten Staffel, glaube ich, zu sehen sein wird. Und das ist eben nicht der riesen Metal-Hühner mit einem Kreuz, breit wie ein Schrank, sondern das ist so ein Typ, ja okay, der isst gern Burger, der trinkt gern einen, aber er könnte echt nochmal eine Runde in die Muckibude gehen, um der Comic-Vorlage eher zu entsprechen. Oder bei der Doom Patrol, ein Cyborg, der aussieht wie, keine Ahnung, mit einem Windows-95-PC ausgestattet. Also nicht unbedingt sonderlich high-end. Und da gibt es so ganz viele Sachen, wo man eigentlich noch nicht viel gesehen hat, aber schon mal eine schlechte Meinung hat. Wie war das denn bei dir, Pia? Hast du da vor einigen Monaten diesen Shitstorm, nenne ich es mal, um Titans mitbekommen? Ja, auf jeden Fall. Also natürlich haben sich, es gab ja einige Promo-Bilder und Starfire war halt in dieser Kleidung zu sehen, die halt, wie du sagst, wie so eine Drag-Queen aussah. Beast Boy war nicht grün im Gesicht, sondern nur an den Haaren. Und Robin war brutal. Und keiner konnte sich jetzt erklären, hä, warum ist Robin jetzt so brutal? Warum sieht Starfire so aus? Warum sieht Beast Boy so aus? Und hast du nicht gesehen. Und da haben sich erstmal alle beschwert, weil es natürlich nicht comic-like ist. Aber ich bin da jetzt auch nicht drauf eingestiegen. Ich habe halt regelmäßig kommentiert, dass sämtliche DC-Serien und auch Marvel-Serien immer große Unterschiede zu Comics haben. Aber es ist immer so, es ist nie eins zu eins wie die Comics. Und das muss ja zur Serie, zum Thema der Serie passen. Weil die Serie ist ja dann auch, hat ja immer so eine Art, also ich habe das Gefühl, dass sie will immer, dass jede Serie so ihre eigene Zielgruppe hat. Und dann versuchen die Serie so ein bisschen aufzubauen. Und sie lassen sich von den Comics inspirieren. Also sie machen es nicht eins zu eins. Und dann machen sie natürlich ein bisschen Fanservice. Das bedeutet dann, dass sie wichtige Dinge aus den Comics mitintegrieren, die dann nochmal die Fans zufriedenstellen. Und deshalb war ich, also ich bin ohne Erwartungen an die Serie rangegangen, weil ich einfach wissen wollte, was haben die daraus jetzt gemacht? In welche Richtung wollen sie gehen? Und das wussten wir ja alle vorher gar nicht. Aber die Leute, die im Internet, haben natürlich direkt schon Vorurteile rausgehauen. Das kann ja nichts werden und die gucke ich mir auf jeden Fall nicht an und so weiter. Weil immer gleich oberflächlich beurteilt wird und in eine Schublade gesteckt wird. Zeigt es nicht vor allem aber auch, wie sehr emotional einfach dieses Fandom ist? Die Leute sind halt Fans, die lieben das Genre und fühlen sich in den letzten Jahren sowieso total gut aufgehoben, weil eben gefühlt jeder andere diese Serien und Filme auch alle guckt. Und wenn man da eben ein Promo-Bild sieht, das halt einfach mal nicht mit der Comic-Vorlage mithalten kann, eben weil es quasi ja eine Realverfilmung ist. Das kann in Teilen gar nicht so absurd sein, wie die Comic-Vorlage eben ist. Das ist einfach so, ja, insbesondere jetzt zum Beispiel dieser Lobo. Lobo ist ja, das ist eine durch und durch eine Comic-Figur, an der ist nichts, nichts natürlich oder echt oder real. Die kann saufen und ballern und einstecken wie Superman und ist auch der totale Draufgänger. Sie ist eigentlich auch mega beweglich, obwohl es eigentlich ein dicker, fetter Klops ist. Also zumindest so schrankmäßig, ja. Also ich sage nur, das Fandom ist halt eben sehr ausgeprägt und du kannst es dir auch mit solchen Leuten, für deren Herz quasi dieses Thema schlägt oder andersrum, deren Herz dir eben dafür schlägt, die kannst du doch eigentlich nur vor den Kopf stoßen. Egal, was du machst, oder? Ja, ich glaube, man kann es keinem so wirklich recht machen. Man muss einfach akzeptieren, dass es da Unterschiede gibt und dass man, also, okay, man könnte es vielleicht schon darstellen, man könnte es comicgetreu darstellen. Es kostet natürlich aber eine Menge, eine Menge Geld, weil du vieles auch animieren musst oder du musst viel Geld in ein Kostümdesign und Make-up stecken. Wenn man so einen richtigen, originalgetreuen Lobo machen will, wie viele Stunden muss er dann in der Kosmetik da sitzen? Sieben Stunden oder was? Der Drex von Guardians of the Galaxy, der meinte doch irgendwie, dass er sieben bis acht Stunden oder sechs Stunden oder was auch immer da in der Maske sitzt. Also das ist doch mega, das kannst du doch nicht bei jeder Folge machen. Das geht doch Unmengen in Kosten. Man muss dann auch überlegen, also was kann man machen und was will man machen? Und eine Serie ist halt eben ein bisschen anders als ein Comic. So ein Comic hast du in, weiß ich nicht, so ein Band hast du vielleicht in einer Stunde durchgelesen oder so und dann hast du da so eine tolle Story mit viel Action und so viele unglaubliche Dinge, die du auch nicht in der Serie immer darstellen kannst. Ich meine, es ist ja auch kein Game of Thrones. Also, ja, ich weiß es immer nicht, was die Leute erwarten. Ich verstehe es nicht. Also man kennt doch alle Serien, die bisher rausgekommen sind und die waren alle immer unterschiedlich zu den Comics. Andi, wie sieht das bei dir aus und auch bei dir, Dominik, dieses Titans, was da eben jetzt angelaufen ist, was sehr überraschend positive Kritiken jetzt kriegt, weil eben komplett quasi die ganze Staffel da ist oder soweit ich weiß, zumindest ein Großteil, glaube ich schon. Ist das was, was euch so ein bisschen bockt, worauf ihr Interesse, also wo ihr Interesse dran habt? Ich bin gar nicht so der, also jetzt auch bei den Comics, ich schaue mir da gar nicht so die Batman-Serien oder so verfolge ich gar nicht. Ich bin da eher so der Graphic-Novel-Typ, also der halt irgendwie so eine abgeschlossene Geschichte liest irgendwie und dann nicht immer so dabei bleibt, weil mir werden die dann teilweise ein bisschen zu absurd. und ich glaube, dass diese Serien immer so ein bisschen in diese Comic-Richtung gehen. Also bei Flash habe ich das halt zum Beispiel gesehen und das hat mir nicht gefallen, dass diese, mit diesem Multiversum und so weiter, da bin ich irgendwie nicht, da komme ich nicht so klar mit. Deswegen, ich glaube, ich schaue es mir gar nicht an, ich weiß nicht, weil ich bleibe da nicht dabei und irgendwie wahrscheinlich verwirrt mich das auch. Ja, ich müsste jetzt so ein bisschen, vielleicht gucke ich mal irgendwann rein. Ich bin, ich muss zugeben, ich habe es irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen unterbewusst verwechselt mit Teen Titans Go to the Movies, was, glaube ich, völlig anderes ist. Ja, schon. Was ist denn jetzt genauso das Besondere jetzt an der Titans-Serie, also von der Prämisse her? Ja, das kann ich erklären. Feuer frei. Also, ja, kurze Erklärung an die Comic-Kenner beziehungsweise die Comics nicht kennen. Also Titans ist ja eine Gruppe, oder die Teen Titans, eigentlich sind das die Teen Titans in den Comics, das ist ja die Gruppe, die aus den Sidekicks entstanden sind von den großen Superhelden wie Batman, Wonder Woman, Flash. Das ist so die Kinder-Justice League. Ja, genau, so sagen wir, oder wie heißt das? Justice League in Ausbildung oder so, ne? Irgendwie, irgendwie so könnte man das sagen. Apprentices. Und da gibt es auch eine Animationsserie, Young Justice, das ist auch noch so ähnlich, also basiert auch drauf. Und ja, und diese, deshalb haben wir das wahrscheinlich alle so ein bisschen falsch verstanden, weil die Teen Titans waren ja so die jungen Teenager eigentlich, die sind alle so junge Erwachsene. Und jetzt hauen sie so eine Titans-Serie raus, die nennt sich halt Titans und nicht Teen Titans, so wie auch die aktuelle Rebirth-Comic-Serie. Und da sind sie halt, das ist ein Mischmasch, ne? Also Robin ist halt eben, also Dick Grayson ist halt schon erwachsen. Und dann haben wir die junge Raven, die ist halt noch ein Teenager. Beast Boy ist noch ein Teenager. Starfire ist erwachsen. Und die finden halt zusammen in der Serie aus ominosen Gründen, da will ich jetzt auch nicht spoilern. Und Robin arbeitet halt in der Serie schon als Detective bei der Polizei und ist seit kurzem nach Detroit gekommen. Ist relativ neu da, wurde dort dann versetzt und hat sich versetzen lassen. Ich glaube, freiwillig hat er das gemacht. Und dann stellt sich halt heraus, direkt in der ersten Folge, dass Robin selber schon über ein Jahr nicht mehr gesehen wurde in Gotham. Also die ganzen Helden sind auch schon weltweit bekannt. Und man merkt auch, dass es die Justice League auch irgendwo im Hintergrund gibt. Aber die selber taucht halt nicht auf. Und ja, und dann in Detroit hat er dann irgendein Verbrechen, wollte er da aufklären. Und hat sich dann entschieden, da als Robin tätig zu werden. Und das Police Department kriegt dann auch mit, dass dann wohl der Robin irgendwie in Detroit unterwegs ist. Und dann meint er so, ja, heute ist bestimmt nur in der Durchreise, wurde ja in Jahren dann nicht gesehen und wird nicht großartig beachtet. Also man merkt halt schon, dass er wohl ein Jahr nicht mehr aktiv war. und dass er auch im Zwist mit Batman ist. Irgendwas ist da im Hintergrund geschehen, dass er da auch die Trennung wohl gesucht hat oder irgendwas ist. Aber es wird auch nicht so wirklich erklärt in den Folgen. Und dann begegnet er halt später Raven, Starfire und Beast Boy. Wobei auch Raven, also es wird auch stark, in der Serie konzentriert man sich auch stark auf Raven. Raven, also sie heißt da, natürlich nicht Raven, sie heißt da Rachel. Und sie ist halt, ja, sie hat so komische mystische Kräfte. Der Zuschauer weiß auch nicht so wirklich, was mit ihr los ist. Sie versucht, die Kräfte unter Kontrolle zu halten, schafft es aber nicht immer. Dann wird ihre Mutter, beziehungsweise Ziehmutter wird dann direkt in der ersten Folge schon, da passiert halt was Schreckliches. Ich will jetzt auch nicht alles spoilern. Auf jeden Fall passieren ganz viele schreckliche Dinge. Du siehst teilweise wirklich Köpfe platzen, Blutspritzen. Wenn wir jetzt mal zur Brutalität kommen, Robin selber zerstört sämtliche Gesichter irgendwie, lässt sie da an Ziegelwände entlang ratschen oder zerstört mit seinen Füßen irgendwelche Knochen. Und das ist alles sehr brutal. Und du siehst auch alles komplett unzensiert. Und das ist sehr, also für die Serie ist das okay, weil es eine gewisse Brutalität hat, die du in keiner, in keiner aktuellen DC-Serie hast. Also absolut FSK 18 und sehr gut. Das heißt, man erreicht da auch vielleicht so eine andere Zielgruppe oder es ist halt eben mal jetzt mal ein anderes Tenor, also dass man mal was anderes sieht. Und das macht die Serie, glaube ich, auch ein bisschen aus. Dann hast du natürlich, wenn alle die Dick Grayson in den Comics kennen, die wissen halt, dass er halt viel rumkommt, dass er sehr viele Leute kennenlernt, insbesondere Frauen. Und das dann natürlich auch, dass er auch sehr viele Vergangenheiten mit diesen Frauen hat und so weiter. Und das wird auch so ein bisschen angedeutet in der Serie. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber will ich jetzt auch nicht spoilern. Und da muss man natürlich schmunzeln. Wenn man als Fan die Comics kennt, dann sieht man halt gewisse Ähnlichkeiten. Und bei Starfire hat man ja im Vorhinein kritisiert, dass sie so komisch gekleidet ist. Und da dachte ich mir so mal ganz ehrlich, wenn man Starfire in den Comics kennt, dann hat sie ja noch viel weniger an. Die hat ja nur so einen Hauch von Nichts an, mit großen Brüsten und dann vielleicht noch kurzes Stofflein über die Scham bedeckt. In den Comics ist es ja noch viel schlimmer. Da frage ich mich, was die Leute eigentlich erwarten. Also die Kuri alias Starfire, die hat halt ihr Gedächtnis verloren. Das heißt, die weiß auch am Anfang gar nicht, wer oder was sie ist. Und ich will jetzt, ja ... Nicht spoilern. Ich überlege halt, ich will halt auch nicht so viel spoilern, weil einige kennen natürlich die Comics und andere wiederum nicht. Und im Laufe der Serie finden die halt auch gemeinsam raus, was mit Raven ist, was mit Starfire ist, was mit, ja, Beast Boy. Ich glaube, das wird, glaube ich, in der nächsten Staffel behandelt. Ja, und dann haben sie verschiedene Widersacher, Bösewichte. Und es ist sehr viel Action, aber meiner Meinung nach hätte auch noch viel mehr Action da sein können. Man hat halt einige stille Folgen, wo nicht allzu viel Action passiert. Man hat aber auch sehr emotionale Folgen, weil auch Hawk und Dov ... Wie spricht man sie aus? Dov? Dov oder Dov eher wahrscheinlich wie die Reinigung. Also wie das ... Dov die Reinigung. Ja, das sind halt auch zwei Helden, die man halt als Comicleserin, also die seit drei Jahren Comicliest, völlig unbekannt waren. Ich habe die in keinem Comic gesehen. Die kannte ich vorher überhaupt nicht. Ich musste auch erst mal googeln, hä, wer ist denn das? Und das ist halt auch so ein Pärchen. Und dann hat man halt auch sehr viele Hintergrundgeschichten, Vergangenheitsgeschichten, sehr emotionale Sachen. Also man hat Brutalität, emotionale Szenen über emotionale Folgen. sehr überraschende Wendungen. Dinge, wo man echt so denkt, was, what the fuck, hat man so gedacht, was ist da jetzt passiert? Und das erwartest du einfach nicht. Also du gehst, wenn du ohne Erwartung in die Serie reingehst, denkst du so, was habe ich da jetzt gesehen? Was war das denn jetzt? Oh mein Gott. Und ja, also ich war schon, ich war begeistert. Aber ich finde, es ist immer noch, hat immer noch Potenzial, um noch besser zu werden in den nächsten Staffeln. Ja, ist doch immer gut, wenn man nicht mit der Debütstaffel schon irgendwie dann sein ganzes Pulver verschossen hat oder so. Also ich muss zugeben, du hast mich jetzt doch ein bisschen neugierig drauf gemacht tatsächlich. Ich muss allerdings sagen, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, so der Hauptdarsteller ist Brandon Thwaites. Ja, genau, der auch in Fluch der Karibik gespielt hat. Ja, ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich habe damals eine Videoreview gesehen zu Pirates 5 und da hieß es tatsächlich, er sei ein sehr dekorativer Schauspieler. Mhm, top. Also ich habe damals irgendwann auch in meinem Kommentar von Moviepilot, habe ich geschrieben, er hat eine Art Bordplanken-Charisma in dieser Rolle gehabt irgendwie. Also ich fand den furchtbar langweilig, aber vor allem dann, weil Dick Grayson ist ja eigentlich, glaube ich, ein ziemlich quirliger Typ, soweit ich das weiß normalerweise. Also der ist ja auch sehr, sehr aufgedreht. Also in der Serie gar nicht. Also in der Serie, du musst halt verstehen, also Robin, es wird auch, also alle haben sich ja beschwert, warum brutal, was ist da los und so. Das wird in der Serie dann im Laufe der Folgen auch so ein bisschen erklärt. Ich glaube ich, warum er so ist, beziehungsweise im Umfeld fällt denen das auch auf, dass er ein bisschen übertreibt. Also es wird schon irgendwo behandelt, warum er so brutal ist. Es ist einfach nicht so, dass er so ist, sondern es wird da schon auch thematisiert. Und er selber, also Brenton Trades, spielt die Rolle, ja sehr, also Robin selber ist sehr eigenbrötlerisch. Man merkt auch im Polizeirevier, dass der auch gar keinen Partner haben will. Also er ist sehr einzelgängerisch und sehr pessimistisch aufgelegt. Also eigentlich gar nicht so, wie man ihn jetzt in Comics kennt, würde ich jetzt sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das in der nächsten Staffel noch verändern wird. Weil er ist in dieser Serie, in so einer Selbstfindungsphase, in der ersten Staffel, wo er, weil die, die die Comics kennen, wissen ja, dass er nicht immer Robin halt bleibt. Das habe ich mir auch gedacht. Das könnte echt eine gute Lösung sein, wie was man mit der Figur anstellt dann. Genau. Und man merkt halt, dass, also ich finde, er hat die Rolle schon ganz gut hinbekommen. Weil man merkt, er ist unzufrieden mit irgendwas. Irgendwas ist los. Irgendwas wurmt ihn. Und er weiß nicht, wohin. Und deshalb trifft er sich auch mit mehreren Leuten. Also Wonder Girl ist ja auch dabei. Habe ich das jetzt gespoilert? Ich glaube, das ist eigentlich auch bekannt. Kann man rausschneiden. Ja, sonst schneidet er das raus. Und, ähm, also da ist halt auch ein Charakter dabei, den man auch aus den Comics kennt, die auch eine tolle Überraschung ist. Und, ähm, gegenüber diesem Charakter benimmt er sich auch ein bisschen anders. Man merkt halt auch, die haben auch eine Vergangenheit. Und man merkt, dass Brenton Trace schon mehrere Facetten schon abliefern kann. Ne, der eigenbrötlerische, dann vielleicht der etwas motiviertere und so weiter. Und, ähm, ich kenne ihn eigentlich auch in der Vergangenheit, so wie du sagst, als dekorativer Schauspieler. Das stimmt. Ich habe einige Filme mit ihm gesehen. Es gab auch so einige Teenie-Romanzenfilme mit ihm, die es da auch gab. Und nicht nur Fluch der Karibik, aber ich, in der Serie, bin ich der Meinung, hat er schon ein bisschen mehr gezeigt. Und ich glaube, er hat noch Potenzial, dann noch in den nächsten Staffeln noch viel mehr zu zeigen. Und dann, dass er dadurch vielleicht auch ein bisschen bekannter wird und vielleicht ein bisschen mehr Chancen dann auch bekommt. Ich habe den gerade mal gegoogelt, ne? Du hattest davon auch gemeint, dass hier auch die Facette des quasi Frauenhelden irgendwie da gezeigt werden soll. Nimmst du ihm das ab? Sieht der aus wie so ein richtig geiler... Also, ich muss sagen, ich finde ihn schon als Frau schon attraktiv, ja. Er ist aber nicht so krass. Also, er ist schon durch... Also, er ist trainiert, sagen wir mal so. Er hat Muskeln, aber er ist nicht so krass durchtrainiert, wie zum Beispiel Stephen Amell von Arrow. Wenn ihr den kennt, also, der den Arrow spielt, der ist ja also hammermäßig, ne? Da sieht man ja nur Muskeln und kein Gramm Fett, ne? Und bei Brandon Traits ist es halt so, dass man schon so ein bisschen... Er ist ein bisschen kuscheliger, ein kleines bisschen so, ne? Aber man merkt schon, dass er Muskeln hat. Und weiß nicht, vielleicht ändert er das noch in den nächsten Staffeln, weil er ist ja in der Serie... Also, der Robin selber ist ja ein Jahr draußen gewesen. Das bedeutet... Also, ich gehe auch stark von aus, dass der Charakter selber auch gar nicht so viel Training auch haben sollte. Und vielleicht, weiß ich nicht. Also, ich bin eigentlich zufrieden. Also, ja, meine Güte. Also... Hättet ihr sagen können, dass er aussieht wie so ein Milchbubi, dem man, keine Ahnung, erstmal einen Tee machen möchte und ihn ins Bett stecken? Hättet ihr sein können? Weiß ich ja nicht so genau. Habt ihr die Serie noch nicht gesehen? Nein, nein, überhaupt nicht. Also, ich finde, der passt zu Robin und Dick Grayson. Finde ich schon. Er ist ja auch groß. Ich glaube, er ist 1,80 oder so. Keine Ahnung. Und man merkt schon, dass er ziemlich gut austeilen... Also, man sieht, dass er ziemlich gut austeilen kann. Und richtig perfekt wäre es natürlich, wenn er in den nächsten Staffeln dann noch trainierter sein könnte. Aber man will jetzt... Ich weiß nicht, was für Anforderungen die Regisseure da und die Produzenten haben. Weil ich finde das auch immer ein bisschen schwierig, weil die Leute, das ist halt auch sehr schwierig für die Schauspieler, dann diese Ernährung und dieses Training und so weiter. Ich finde... Ich finde das Schauspiel eigentlich wichtiger, dass die das gut rüberbringen. Weil dieser Flash zum Beispiel von der Serie, von der DC-Serie, der Schauspieler... Wie heißt der jetzt? Weiß ich jetzt nicht, wie der heißt. Irgendwas mit Augustine oder so ähnlich, ne? Der ist ja auch recht dünn und so weiter. Aber er bringt das, finde ich, charismatisch und emotional sehr gut rüber. Grant Gustin. Genau, Grant Gustin. Ja, dann finde ich raus. Und einige kritisieren ihn halt auch eben, dass er so dürr ist. Aber er sagt halt eben auch selber, er ist halt eben so, das sind halt so seine Gene. Jeder hat so seine Gene. Und man soll ihn doch nicht darauf reduzieren. Und ich finde, man sollte halt die Menschen auch nicht darauf reduzieren. Also ich finde Schmucke, Brandon Trades. Also gibt noch andere Schauspieler hier. Wie findet ihr denn überhaupt hier die Anna Diop als Cory? Die habt ihr doch auch bestimmt gesehen. Das ist ja genau das Ding, was ich vorhin angesprochen habe. Ich war wirklich skeptisch. Also ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte deutlich lieber eine Latina gesehen in der Rolle. Einfach, weil ich denke, dass das farblich besser passt. Der Charakter selbst ist ja quasi orange. Ja, und eine orange Hautfarbe. Also in den Comics ist orange. Ja, aber wie willst du noch orange? Ganz genau sieht es aus. Ja, wen willst du da finden? Gamora in Guardians of the Galaxy. Was habe ich zur Maske vorhin gesagt? Ja. Und zum Budget. Nee. Und das fand ich ein bisschen schwierig. Hinzu kam wirklich diese besondere, sage ich mal, Herausforderung, die die Schauspielerin zu leisten hat, in diesem Kostüm der ersten Folgen zu glänzen. Und da habe ich einfach meine Vorteile gehabt, so. Jetzt habe ich inzwischen auch schon ein paar weitere Szenen gesehen, Ausschnitte, wo man ein bisschen mehr CGI sieht. Und das geht schon deutlich mehr in die Richtung, wie ich es mir auch gewünscht habe. Und insofern kann für mich durchaus hier auch dieses Hautfarbe-Thema in den Hintergrund treten. Das will ich da jetzt gar nicht so sehr forcieren. Will hier schon eine Chance einräumen. Gerade auch, weil ich glaube, bei ihr war es doch auch so, dass sie ganz schön ordentlich einen Shitstorm abbekommen hat damals. Und da, glaube ich, sogar ihre Social-Media-Accounts gesperrt oder pausiert hatte. Weil da eben so viel auf sie eingeprasselt ist, was natürlich auch in keinster Weise in Ordnung ist. Also das ist absolut falsch, wer da der Meinung ist, er müsste irgendeine Scheiße im Internet schreiben. Der sollte da mal ganz schnell verschwinden. Gut, sei es drum. Also ich habe da auf jeden Fall meine Vorurteile. Und will ihr aber Chancen einräumen. Letztlich muss sie einen sympathischen beziehungsweise interessanten Charakter spielen. Und ich fände es auch cool, wenn sie irgendwie eine gewisse Chemie mit Dick Grayson irgendwie dann im Laufe der Serie entwickeln könnte. Denn, sag mal, dieses Charaktergespann ist ja mit so eines der interessantesten Pärchen, die es bei DC jemals gab. Ja. Das würde mich da doch mal... Das will ich ja auch jetzt nicht spoilern. Ich werde da jetzt auch nicht viel zu sagen. Jetzt geht es wieder los. Irgendwie, Brenton Thwaites erinnert mich so rein optisch auch ein bisschen an Chris O'Donnell tatsächlich. Also aus den Shoemaker-Batman-Streifen aus den 90ern. So ein bisschen. Meinst du den, der den Robin gespielt hat da? Ja, ja, genau. So ein bisschen. Nee, nee, nee. Also ich finde, er hat das gut gemacht. Also ich bin echt begeistert. Also ich habe auch nicht, ehrlich gesagt, nicht viel von ihm erwartet. Weil ich ihn halt auch aus den Filmen vorher kenne. Pia, vielleicht noch mal eine Frage zum Schluss, wo mich das schon interessieren würde, um jetzt eben nicht jeder einzelne Figur durchgehen zu müssen. So ein bisschen die Optik im Allgemeinen. Ich habe Promo-Fotos gesehen. Da sieht man Beast Boy. Da sieht aus wie ein Schauspieler mit grüner Farbe im Gesicht. Und ich habe auch Fotos gesehen von Raven. Die sieht aus wie halt ja einfach ein 15-jähriges Emo-Mädchen. Dann habe ich Fotos gesehen von einem, gerade das erste Promo-Foto, was es gab von Robin. Das war einfach nur extrem hässliches, gefotoshoptes Monster war das. Das war einfach nicht schön. Und wie gesagt, bei Corey hat man da einfach auch einige Fehler gemacht. Jetzt habe ich inzwischen aber eben auch schon CGI-Szenen gesehen im Rahmen von Promo-Material, das mir doch sehr gut gefallen hat. Ich habe Kostüme gesehen, die mir eigentlich gut gefallen haben. Die Kostüme, die wir insbesondere von Duff und von Hawk, Hawk heißt der, glaube ich, die wir da gesehen haben, das finde ich schon alles ganz cool. Wie ist denn so dein genereller Eindruck zur Optik, zu den Kostümen und vielleicht auch zum CGI? Okay, Optik fand ich sehr gut. Also die Gesamtoptik ist halt schon ein bisschen düster gehalten, wobei wir auch einige Szenen haben, wo wir merken, dass er halt noch die Technik zum Beispiel mitschleppt. Diese ganze Technik, die er von Bruce Wayne auch aus der Vergangenheit hat und so. Man merkt, dass er da noch was hat. Also so ein bisschen diese High-Tech-Computer-Mechanik und so weiter, das wird alles so ein bisschen mitgenommen in der Serie. Dann hast du CGI, ja, du hast halt Beast Boy, die Leute, die halt Beast Boy kennen, wissen, dass er sich in Tiere verwandeln kann. Das fand ich ehrlich gesagt nicht so gut, was man da so gesehen hat. Das ist gewöhnungsbedürftig, das können die noch verbessern, aber ich denke mal, wenn die Serie halt Erfolg hat, also sie ist ja gut angekommen bei den Leuten, so wie es jetzt aussieht, dann können die auch im Budget auch mehr machen. Dann können sie das ein bisschen besser machen. Dann die Kostüme, finde ich, sind extrem gut. Wir haben, wie gesagt, auch noch andere Charaktere, die hinzukommen, die auch ihre eigenen Kostüme haben. Wir haben halt nicht nur Robin, der da sein Kostüm hat und ja, bei Starfire, da kann ich jetzt auch nicht so viel sagen, ohne zu spoilern. Es verändern sich auf jeden Fall einige Charaktere in der Serie und in der Serie wird auch immer wieder von der Story her darauf hingewiesen, dass die Kostüme auch eine gewisse Technik haben. Ja, und das ist halt, man kann auch nicht so viel erzählen, ohne zu spoilern. Das ist einfach sehr interessant. Man merkt, dass die Leute sich Gedanken darüber gemacht haben, also das viel Liebe zum Detail. Man merkt, wenn es da um Kostüme geht, dass die Charaktere auch unter, unter, also unter sich darüber sprechen. Ja, dein Kostüm von damals und hier und das und das und meine Technik und Kugelsicher und hast du gesehen und ich habe eine neue und so weiter. Also man merkt, dass, man hat so das Gefühl, man ist so mit Kumpels unterwegs und die sind irgendwie alle Superhelden oder waren mal Superhelden oder was auch immer und das ist eine völlig andere Welt und das finde ich sehr, sehr interessant. Ja, ja, ich kann da, ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll. Ich weiß ziemlich genau, was du meinst, ich bin sehr gespoilert, ich kenne auch den Ausgang der ersten Staffel und weiß auch ungefähr, also sag mal so, den Wikipedia-Artikel, den sollte man vielleicht nicht unbedingt lesen, wenn man nicht wissen will, wer in welchen Folgen auftritt als welche Figur. Das nochmal so als kleiner Hinweis. Also ich finde es sehr interessant, was du da sagst und ich finde es auch schön, dass man den Kostümen insbesondere auch so einen realistischen Anstrich gibt dadurch, dass sie, wie du schon sagst, unter Umständen das Beweggründe und Entscheidungsgründe, also einfach wirklich Gründe gibt, warum sie sind, wie sie sind, warum sie vielleicht auch irgendwann mal anders waren oder anders werden, das finde ich ganz interessant. Ja. Dann haben wir zu der Serie, die jetzt per se wirklich sehr viel gute Kritik bekommt, ja schon einiges gehört. Es gibt ja noch eine Menge andere Serien, die demnächst anstehen. Ich weiß gar nicht, ist Krypton eigentlich schon vollständig jetzt erschienen oder nur ein Teil? Auf Sky ist die, bin ich der Meinung, vollständig erschienen und ich habe die damals auch, aber auch schon über Amazon in England schon geguckt. Aber Krypton müsste auf Sky jetzt durch sein. Wo liefen die auf Sky? Ich glaube auf dem Sci-Fi-Sender. Der ist glaube ich nicht Sky-exklusiv. Ich glaube den Sci-Fi-Sender kannst du auch noch über andere Dienste empfangen. Und wie sieht das da aus? Wir wollen das jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich glaube da, die ist noch ein bisschen frischer, glaube ich. Wie hat dir diese ja denn gefallen? Hatte da auch ein paar Worte zu verlieren, wovon handelt Krypton? Ist ja glaube ich ein Prequel. Wie hat dir das so generell gefallen und wie sieht es da aus? Die ganzen Hater sind da ja auch am Start. Hater? Hater sind da auch am Start? Ja. Insbesondere die Frage des Prequels, insbesondere die Frage, ob das jetzt dringend notwendig war, hier eine Geschichte zu erzählen, wovon man genau weiß, wie es ausgeht. Und zwar ganz genau weiß, wie es ausgeht. Nämlich ist der Planet explodiert. Und dann eben auch die Frage, ganz aktuell eben der Lobo-Schauspieler kriegt dauernd oft die Mütze. Muss sagen, rein optisch finde ich es auch nicht so ansprechend. Naja, also klar weiß man, wie es ausgeht bei Krypton, aber dieser Hauptdarsteller, Seg L, heißt der Charakter, gespielt von Cameron Cuff, Cuff, glaube ich, ausgesprochen. Oder Cuff, ich weiß ja auch nicht, ich kann diesen englischen Namen aber nicht aussprechen. Cuff, Cuff, ja, ja. Weiß man genau, wo er herkommt. Ja, der ist halt der, der soll halt der Großvater, der Großvater von Superman sein. Sprich, man hat wie viele Jahre, vielleicht 100 Jahre oder so, bevor Superman geboren wird oder 60 Jahre, ich weiß nicht, wie viele Jahre, keine Ahnung. Man hat also viel zu erzählen eigentlich, weil das ja da noch relativ lange dauert, bevor das halt mit Krypton passiert. Und da gibt es schon einiges zu erzählen und in der Serie habt, kurze Frage, hat einer von euch Krypton gesehen? Nope. Nope. Auch nicht. Gesehen habe ich sie nicht, aber ich bin, wie gesagt, so ungefähr auf dem aktuellen Stand. Ich weiß, welche Figuren das sind. Ich sehe halt immer die ganzen Spoiler auf Facebook und Twitter und weiß ziemlich genau, wie die Figuren aussehen und was sie da so erleben. Okay. Ja, genau. Und da gibt es, es gibt ja halt, man lernt diese gesellschaftlichen Schichten kennen, was für Gruppen es dort gibt. Das ist halt sehr militärisch und da gibt es halt die Stadt, die, ich weiß jetzt auch nicht gerade, wie sie heißt, die halt sehr abgeschottet ist von der Außenwelt, weil ja schon die ganze Natur da schon irgendwie schon so ein bisschen kaputt ist, es ist alles vereist und die sind halt in dieser Stadt eingekesselt und ja, man merkt halt in der Serie, dass es da nicht viel, wie soll man sagen, dass das Set wechselt nicht sehr oft. Also du hast so gewisse Räume oder Bereiche, die sich immer wiederholen. Das muss ich leider ein bisschen negativ anhaften. Du siehst halt, weil die Leute sind halt draußen nicht unterwegs, weil das willst du da draußen, da kannst du halt nicht überleben. Du musst halt immer mit Schutzanzügen raus und so weiter. Und deshalb hast du vom Set her nicht so viel Abwechslung. Das fand ich sehr, sehr schade. Das heißt, du warst sehr auf die Charaktere konzentriert, wie die sich entwickeln. Und ja, da gibt es halt auch so eine Art Romanze. Da werde ich aber nicht viel zu erzählen, wie die sich weiterentwickeln, sonst wäre das dann auch ein Spoiler. Aber das sieht man schon in der ersten Folge, dass da was ist. Und dann gibt es halt den, wie heißt der, der von der Zukunft kommt? Adam Strange. Adam Strange, genau. Und der hatte doch auch noch irgendwie so einen Superhelden-Namen, oder nicht? Das ist ein Superhelden-Name, der dritt. Achso, der heißt einfach nur Adam Strange. Okay. Ja, genau. Und der kommt halt aus der Zukunft. Man sieht das direkt in den ersten Minuten, dass er da direkt den Sek L sucht und da irgendwas von ihm will. Und dass halt sein Enkel halt irgendwie in Gefahr ist und versucht dann irgendwas. Er glaubt natürlich das alles nicht. Und dann entwickelt sich das so, dass er das, er kommt halt aus der Zukunft und will das halt, will halt dafür sorgen, dass er Superman irgendwie rettet. Und dann entwickeln sich so seltsame Dinge, wo ich auch nicht so ganz weiß, wie ich das, wie soll ich das, ja, man hat dann halt auch so einen, so einen Bösewicht, der natürlich auch schleichend irgendwie auftaucht. Man hat diese militärische, ordnungsliebende Gesellschaft, die auch religiös ist. Es gibt da, die haben halt diesen Glauben an, an diesen einen Gott. Ich weiß das auch nicht, wie der heißt. Ja, der Sonnengott ist ein Sonnengott. Ja. Das war schon länger her, als ich die gesehen habe. Das waren bestimmt schon mehrere Monate jetzt. Ja, und. Rau. Rau. Rau, genau. Und da gibt es halt die, diese gläubigen Priester oder was auch immer das sind, die laufen halt in so komischen Kutten rum und sind da auch kaum zu erkennen. Und man merkt auch, dass diese Menschen sehr stark von diesem Glauben beeinflusst werden. Und da gibt es halt reiche Menschen, arme Menschen. Ja, so eine richtig, es ist eigentlich so eine Science-Fiction-Serie, ich würde sie so eine Science-Fiction-Serie einordnen, die viel mit göttlichem Glauben zu tun hat, auch viel mit Technik, mit militärischer Ordnung. Und es hat in diesem Sinne nicht viel mit Superman zu tun, weil du wirst ja Superman nie irgendwo sehen. Aber ich finde das interessant, wie das damals so auf Krypton gewesen war oder gewesen sein könnte. Weil ich in den Comics auch nicht wüsste, wo man das irgendwie nachlesen könnte. und ja, wieso die gesellschaftlichen Schichten sind, weil es halt ein fremder Planet ist. Im Prinzip sind das alles Außerirdische. Was heißt im Prinzip? Also es sind Außerirdische. Und du lernst halt eben die Gesellschaft kennen von diesem Volk und wie auch der schleichende Prozess der eigenen Zerstörung geschieht. Obwohl das erst 60 bis 100 Jahre später passiert. Das ist ja eine Science-Fiction-Serie und da erzählt mich natürlich schon, das muss ja alles total abgespaced und cool sein. Du hast gemeint, die sparen Budget, indem sie immer wieder dieselben Räume haben, mit denen alles stattfindet. Und dann kannst du aus dem ganzen Ding ja quasi eine Art Kammerspiel machen. Aber wirkt das wie eine hochentwickelte Gesellschaft oder wird dir das alles schon sehr reduziert präsentiert? Also es ist so ein Mehrschichtensystem. Du hast halt diese reichen Leute oder die in der Politik auch sehr aktiv sind. Es wird nicht so ganz genau erzählt. Es wird einfach irgendwie nur gezeigt. Also man weiß ja auch, dass auf Krypton das mit dieser Fortpflanzung nicht so wie bei uns Menschen ist. Also die machen das irgendwie durch Geräte oder also die klonen nicht, sondern die lassen die Kinder einfach in irgendwelchen komischen Geräten oder so zur Welt bringen oder aufwachsen. Ich weiß das nicht genau. Aber trotzdem sind es immer noch die Eltern. Also diese Menschen werden irgendwie zusammengebracht, sodass sie sich dann irgendwie fortpflanzen sollen, weil sie halt genetisch irgendwie zusammenpassen. Das macht alles ein Gerät. Also das Gerät prüft dann, so passt ihr zusammen, werdet ihr ein genetisch gutes Kind gebären. Ja, okay. Und ja, ich weiß nicht. Kinder auf Kryptonisch. Ja, ich habe das auch nicht so ganz genau verstanden, weil ich auch nicht in der Thematik gar nicht so drin war. Man wurde so ins kalte Wasser geschmissen. So, ja, hier ist das so, hier wird das so gemacht. Und hä, warum wird das denn da jetzt so gemacht? Das wird nicht so wirklich erklärt. Das ist doch dieses Codex-Ding aus Man of Steel, ne? Da hat er diesen Codex, da ist das doch, glaube ich. Und das spielt ja auch eher in dem Universum von Man of Steel, glaube ich, die Serie und weniger jetzt zum Beispiel in dem Universum von Supergirl aus der CW-Serie. Denn da gibt es ja zum Beispiel auch einen Superman, den man gelegentlich sieht. Und da, weiß ich nicht, musst du jetzt entscheiden, ob du das Gefühl hast, das könnte der Enkelsohn von ihm sein. Oder ob es eben doch eher Henry Cavill ist, der da so der Enkelsohn sein könnte. Was meinst du jetzt? Also Henry Cavill und den Superman aus Supergirl kann man nicht miteinander vergleichen. Eben, genau. Und zu welchem passt die Serie optisch eher? Zu welchem, sag ich mal, Fred Scheid? Zu Henry Cavill, ja, würde ich sagen. Und der Schauspieler Cameron Cuff ist eigentlich auch sehr ansehnlich gewesen. Also ich fand ihn eigentlich sehr attraktiv so. Ich fand, er sieht irgendwie, im Prinzip hätte er auch Superman sein können. Also man hätte ihm da diese Kutte anlegen können oder diesen Spandex-Anzug. Und dann hätte er direkt eigentlich Superman sein können. Und meistens ist das ja so, dass die Enkelkinder den Großvätern meistens wie aus dem Gesicht geschnitten sind. Das überspringt ja immer so eine Generation. Und ja, ich finde, das hat ziemlich gut gepasst. Und man hat halt viel Hintergrund von den Familien mitgekriegt. Weil es gibt ja auch den, es gibt ja auch einen Erzfeind von dem Vater von Superman. Und man hat dann halt so gesehen, wie sich, wer das dann sein hätte sein können. Wie sich das entwickeln wird oder entwickelt haben könnte. Und ja, und das kriselt halt da so ein bisschen. Es gibt viele Intrigen und ja, es ist auch so ein bisschen, man könnte sagen, so ein bisschen Game of Thrones-like. In so einer kleinen Gesellschaft. Ich fand es sehr interessant anzugucken. Aber ich war wegen den, wegen der, wegen den wenigen Sets war ich ein bisschen gelangweilt, was das angeht. Man wusste halt, oh Gott, jetzt sind sie da wieder an der Bar, jetzt sind sie da wieder da in dem Raum, jetzt sind sie da in der Geburtstätte. Weiß ich nicht, ich glaube, mehr gab es da auch nicht. Ja, so eine erste Staffel ist immer eine VR-Taufe. Also, ich bin ja, ich bin ja gerade im großen Game of Thrones-Rewatch. Und da hast du ja auch in der ersten Staffel, hatten sie ja auch ursprünglich eine Schlacht eingeplant, aber dann keine Zeit und kein Geld mehr. Und dann fällt ja Tyrion so in bester Bilbo-Beutel-Manier einfach um. Und als er wieder aufwacht, hat seine Seite gewonnen. Also, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ach, so wusste ich gar nicht, okay. Bei ersten Staffeln. Die wissen ja nie so wirklich, wie das ankommt. Und bei Game of Thrones haben sie dann ja in der zweiten Staffel den Ausgleich gehabt. Das sagen sie sogar im Making-of. Weil da haben sie dann in der zweiten Staffel die Schlacht hier Blackwater. Und das war ja mehr als ein Ausgleich dafür. Ohne jetzt hier zu spoilern. Ja. Ja, man merkt das halt immer. Also, man muss dann, ich finde, man muss, wenn man die erste Staffel von einer Serie guckt, einfach objektive Abstriche machen. So, das ist, man soll jetzt irgendwie nicht das Beste von Bestem erwarten, sondern man guckt sich das an. Interessiert einen das? Wird man unterhalten? Also, mir ist es wichtig, dass ich unterhalten werde und dass ich es spannend finde bis zur nächsten Folge. Dass ich dabei bleibe. Und dass mich die Charaktere, der Hintergrund, die Story interessiert, die Geschichte, ob mir die Charaktere sympathisch sind. Und die waren mir alle sympathisch in der Serie. Ich fand die alle super und die haben auch super geschauspielert, haben das echt gut gemacht. Und ich hoffe, dass es da auch eine zweite Staffel geben wird. Ich bin auch gerade, doch, steht da, Season 2. Da gibt es auf jeden Fall. Gibt da schon Promo-Bilder zu? Da gibt es schon einen Trailer zu, mit dem Gegner, der dann da angezündet wird. Du guckst dir ja alles an, anscheinend. Ich gucke mir alles an. Nee, ich will das gar nicht. Ich versuche ja schon manchmal, das Internet zu meilen, weil mich das so was von aufregt, dass ich da schon wieder was sehe. Dann bin ich da schon wieder gespoilert und voreingenommen. Ich freue mich schon wieder bei Game of Thrones drauf. Also, das wird unerträglich werden, glaube ich. Oh nein, ja. Vor zwei Jahren schon ganz übel. Und weiß ich nicht, dann auch hier, da wurde ja auch eine Folge geleakt oder sogar zwei Folgen geleakt. Krypto, muss ich zugeben, hört sich jetzt für mich jetzt, also ich habe jetzt auch mal so ein bisschen geguckt, der Showrunner ist ja David S. Goyer. Ein ganz besonderer Freund von mir. Also, für mich hört es sich so ein bisschen an, als würde er, weil ich kann mich erinnern, der Anfang von Man of Steel, der ist ja unglaublich expositionsüberladen. Also, da geht ja irgendwie alles mega schnell vonstatten und man hat gefühlt im Hintergrund zehn Subplots am Köcheln. Also, allein schon bei dieser Szene irgendwie, weiß ich nicht, der Rad wird aufgelöst und sie haben Krypton in den Ruin getrieben und dann hier sott, keine Ahnung was. Und für mich wirkt das irgendwie so, als würde David S. Goyer jetzt die ganzen Plots, die er da eigentlich erzählen wollte, jetzt in dieser Serie verwenden. Wäre das schlimm? Nee, eigentlich nicht. Also, ich fand gewisse Sachen da eigentlich sehr interessant. Es war halt in dem Zack Snyder Film so ärgerlich, es war halt keine Zeit für irgendwas. Und es wirkte auch, weiß ich nicht, die Technologie wirkte auch irgendwie merkwürdig kopflos. Das würde mich auch mal interessieren, weil in dem alten Superman hier von Richard Donner, da ist ja der ganze Planet kristallin und dementsprechend ist ja auch die ganze Technik basiert da drauf. Wie ist das denn hier in der Serie, wenn die jetzt auf Man of Steel aufbaut letzten Endes? Meinst du mit den Kristallen und mit dieser Technik? Genau, also das kam halt in Man of Steel überhaupt nicht vor. Und irgendwie, also die Technik hat für mich in Man of Steel irgendwie auch keinen Sinn gemacht, wenn ich ehrlich bin. Also, ich fand da Krypton irgendwie auch sehr merkwürdig, irgendwie so eine Mischung aus Utapau aus Star Wars und Pandora aus Avatar irgendwie so ein bisschen. Also, wenn ich mich recht erinnere, sie leben da doch praktisch im Inneren eines Vulkans, mehr oder weniger, in Man of Steel. Das weiß ich nicht so genau, wie das da, also wie gesagt, also das ist diese Stadt, also in Krypton hat man diese Stadt, die werden mit so einem Kraftschild geschützt und außen um diese Stadt ist komplett alles vereist. Also Eis, also das ist mehrere Minusgrade draußen. Du kannst irgendwie nur mit Raumschiffen halt draußen rumfliegen oder halt eben mit Schutzanzügen dich irgendwie bewegen, weil das also Menschen unmöglich ist, da irgendwie normal zu leben oder zu überleben. Ich glaube, Tiere gibt es da auch nicht mehr, ich weiß es nicht genau. Aber es kann natürlich sein, also man sagt ja auch immer, wenn irgendwo Vulkane sind oder so, dass da ja auch vorher Eis gewesen sein könnte. Aber im Prinzip geht es ja bei Krypton ja darum, dass ja die ganze, also der ganze Planet ja an Gefahr schwebt und dass ja Seg-El, dass sein Großvater, war das sein Großvater oder sein Vater, der kam da ja auch drin vor, das war so lange her. Der Großvater des Großvaters des Großvaters. Ja genau, irgendwie hatte der ja schon dann in der Serie schon gewarnt und hatte das Seg-El dann auch irgendwie mitgeteilt und er sollte dann irgendwie dann das weiter vermitteln und sich darum kümmern und das wollte er dann zuerst nicht. Und dann macht er es irgendwie doch und ja, es ist halt so wie eine typische Helden-Story, ne? Der selbst weiß nicht so, was er machen will, wohin er will, was er tun will, lebt einfach so vor sich her, genießt sein Leben und dann passiert irgendwas. Dann kommt zum Beispiel Adam Strange und sagt ihm, du musst den Planeten retten oder musst das machen. Und ja, dann plötzlich, dann will er es gar nicht glauben, hat er keinen Bock drauf und dann plötzlich passieren ganz viele Dinge, dann hat er plötzlich doch Bock drauf, ne? Oder muss es dann halt eben machen oder will es machen? Es ist halt eine typische Helden-Story sozusagen. Es gibt eine DC-Serie, auf die ich wirklich gespannt bin und es ist gar nicht mehr als offizielle DC-Serie, sondern eher Vertigo. Ich bin unglaublich gespannt auf Watchmen von Damon Lindelof. Ich auch. Und da würde ich euch als Comic, als ausgewiesene Comic-Experten, würde ich mal fragen, was da so eure Gedanken zu sind. Und die soll ja anschließen an den regulären Film, beziehungsweise an den regulären Comic, ne? Das sind nicht die Prequels als Serie, oder? Das soll mehr oder weniger eine Art Sequel werden. Also eine Fortsetzung, genau. Also es ist schwierig, wenn du dir Watchmen als Comic selbst anguckst, ein Comic, der Maßstäbe gesetzt hat, der in einem Art und zu genannt wird, auch mit The Dark Knight, dann ist das einfach ein Film, der, ich sag mal Film, aber letztlich ist ja ein Comic erst mal. Ja, Dark Knight ist ja auch ein Film. Ja, genau. Dann hat Autor Alan Moore hier mehrfach klargemacht, dass er einen Comic geschaffen hat, der einen Anfang und ein Ende hat und er hatte nie vor, dass man hierzu Prequels oder Fortsetzungen macht. Also egal, was man mit diesem Thema Watchmen anfängt, man stößt dem quasi Erschaffer und da ist Dave Givens als Zeichner natürlich auch wesentlich mit beteiligt gewesen. Einfach schon mal erstmal vor den Kopf, so. Wenn man das aber für sich ausklammern kann, wenn man bereit ist zu akzeptieren, dass es Prequel-Comics gibt, die teilweise extrem beschissen und teilweise recht gut geworden sind und damit dem Franchise ja letztlich gewisse Chancen einräumt, dann hat diese Serie durchaus Potenzial. Die Frage ist halt immer so ein bisschen, warum macht man das Ganze, was verspricht man sich davon? Es wird ja wohl niemand bestreiten, dass gute Drehbuchautoren in der Lage sind, gute Geschichten zu erzählen, wenn sie eine tolle Ausgangssituation haben. Superhelden-Serien haben wir gerade heute besprochen. Das florieren einfach und warum sollte man es mit Watchmen, dem letztlich ja Urvater der moderneren Superhelden-Comics, da nicht auch irgendwie eine Chance geben? Aber eine gewisse Skepsis muss erlaubt sein, wenn man das Ganze nicht auch mit einem gewissen Budget umsetzt, kann es schnell Kacke werden. Ich habe so ein paar Sachen schon gehört, was die Rorschach-Figur hier jetzt betreffen wird, also insbesondere wer, ich will da nicht zu viel verraten, weil es alles noch vielleicht potenzielle Spoiler sind, aber wer hier Rorschach spielt und wer das sein könnte und so. Das sind alle Sachen, damit begibt man sich auf dünnes Eis. Generell auch die Frage, wie sieht es aus mit Dr. Manhattan, was macht man aus dieser letztlich absolut allmächtigen Figur? Finde ich sehr spannend. Dann ganz aktuell, so viel kann man auch sagen, wenn man aktueller DC-Leser an den Comics ist, spielen die Watchmen wieder eine entscheidende, sehr wichtige Rolle im DC-Universum. Gibt es da also Verbindungen zu anderen DC-Superhelden? Das sind alles Sachen, die mir hier so ein bisschen im Hinterkopf also rumschwören, wo ich mich frage, was macht man jetzt damit? Und ich bin gespannt, weiß aber nicht, ob es jetzt unbedingt nötig gewesen wäre, das mit den Watchmen zu machen oder ob man nicht einfach eine, keine Ahnung, andere Superhelden-Team hätte machen können. Oder vielleicht macht man das ja auch. Vielleicht lässt man die alten Figuren die alten Figuren sein und macht jetzt hier plötzlich eine komplette neue Kreation. Also, ja, wir müssen einfach mal schauen. Die Rechte liegen eben nicht mehr bei Alan Moore. Obwohl Alan Moore ja auch so, also du meintest ja von wegen, man fällt ihm damit praktisch in den Rücken oder torpediert halt so seine Intention. Auf der anderen Seite ist Alan Moore ja jemand, der wirklich, egal was es ist, also der distanziert sich ja wirklich, wenn nur irgendwas bekannt wird von irgendeiner Umsetzung seines Werkes, ist distanziert er sich auf der Stelle davon. Das ist halt dann auch so eine Sache irgendwo mit ihm. Das ist sein Ding auf jeden Fall, ja. Also die Umsetzung von Zack Snyder mochte er ja auch nicht und ja, ich weiß nicht, vielleicht, er ist wahrscheinlich auch der Meinung, dass man gewisse Sachen vielleicht nicht verfilmen sollte oder er hält es halt einfach strikt für unverfilmbar grundsätzlich. Ich weiß nicht, also ich bin da halt sehr hoffnungsvoll, weil es halt HBO ist. Das heißt, da ist halt ein gewisses Production Value einfach vorhanden und Damon Lindelof, der halt vorher The Leftovers gemacht hat für HBO, also der wird dann ja federführend sein da und Damon Lindelof ist ja, also zugegeben im Kino hat er großen Scheiß fabriziert, das lässt sich nicht schönreden und Lost war jetzt auch nicht eine seiner Sternstunden, aber Leftovers hat er schon gezeigt, was er drauf hat im Alleingang und so gewisse Grundthemen, die er in Leftovers hatte, also halt irgendwie Glaube und Verantwortung etc., das kann er, glaube ich, doch sehr gut ins Watchmen-Universum einbinden, könnte ich mir denken. Die Serie kenne ich auch, Leftovers, die war auch toll. Ja, auch, wenn auch sehr außergewöhnlich, aber ist halt HBO, ne? Also, das ist nun mal ein anderer Qualitätsstandard. Also du freust dich offensichtlich auf die Serie. Wann ist dir eigentlich der Release angedacht? 2019 oder so, ne? Ja, es gehen jetzt Gerüchte, dass hier am 2. Februar oder so, also auf jeden Fall Ende der Woche ist ja, glaube ich, der Super Bowl und jetzt gehen gerade die Spekulationen los, was da so für Spots kommen werden und jetzt wird gerade hin und her überlegt, weil HBO bzw. Warner Media, wie die ja mittlerweile jetzt heißen, unter dem Dach, ähm, die haben auf jeden Fall Spots gebucht und jetzt ist halt die Frage, ist es ein erster Trailer zu, also ein erster vollwertiger Trailer zu Game of Thrones, der da laufen wird, oder aber eher was von Lindelofs Watchmen? Vielleicht beides. Ja, die sind schon ganz schön teuer, diese Sendeplätze. Also ich tippe ehrlich gesagt eher dann auf Watchmen, weil... Dann tippe ich eher auf Game of Thrones. Das ist ja auch die erste Staffel von Watchmen, haben das ja doch auch nicht so viel Budget. Und das ist auch noch ein spezielleres Publikum als Game of Thrones. Also mit Budget meine ich jetzt halt, es kostet halt, dieser Sendeplatz zu dieser Zeit kostet ja immens viel. Und da stecken ja die Firmen auch sehr viel rein, also zwei Dinger werden die sich nicht erlauben und Game of Thrones deutet eigentlich einiges drauf hin, dass das noch länger dauern wird, bis da Material kommt. Also... Nee, Game of Thrones haben die, glaube ich, schon angeteasert. Also ich glaube, der Trailer, da soll auch bald gezeigt werden. Irgendwie habe ich Gerüchte gehört, dass da jetzt was kommt. Weil, ähm, hallo, wir haben ja bald April. Die Folgen kommen doch im April schon. Ja, aber letztes Mal hat es auch relativ lang gedauert. Also die kam, glaube ich, auch Mitte, Ende April, die siebte Staffel. Und den ersten Trailer gab es erst Anfang März. Und... Ja, ist doch Anfang März, dann nächste Woche. Nee, Anfang Februar. Äh, stimmt. Anfang Februar. Okay, ich bin schon zu weit. Ist zu spät. Ähm, und, äh, Game of Thrones, also da hatte ich, äh, um das mal kurz einzuwerfen, da hatte ich gehört, dass, äh, Benioff und Vice, also die beiden Showrunner, dass die theoretisch dagegen sind, dass es überhaupt einen Trailer geben sollte, ursprünglich. Ähm, und dass die dann aber doch irgendwie da eingeknickt sind, weil, auf der anderen Seite, ich meine, ganz ehrlich, musst du da überhaupt noch Werbung für machen? Jetzt, jetzt mal ehrlich, also, da brauchst du doch keine, schon gar nicht beim Super Bowl. Hm. Aber, äh, also ich, ich halte den Watchmen-Trailer für sehr wahrscheinlich. Es gab ja, glaube ich, auch schon Teaser-Material. Äh, wenn ich jetzt richtig liege. Ja, ja, mit so Polizisten irgendwie in dem Regen und ein gelbes Taxi oder Polizeiauto oder sowas. Ja, ja, doch, da irgendwas habe ich mir mitgehoffen. Ja, und das, das, also klar war natürlich nur ein kurzer Einblick, aber atmosphärisch schon irgendwie ziemlich geil wieder. Ja, und, äh, ah, ich, ich, ich bin da wahnsinnig gespannt drauf. Also, es kann da halt auch ein riesiger Griff ins Klo werden und Damon Lindelof ist halt auch so ein Hit-or-Miss-Kandidat. Ähm, äh, also, aber wer weiß vielleicht, ich, ich hab halt auch die Hoffnung, dass das Ganze irgendwie so einen, so einen neuen Alan-Moor-Hype vielleicht im Fernsehen lostreten könnte und dass dann vielleicht endlich mal eine geile HBO-Umsetzung von, äh, From Hell kommen könnte. Das wäre so mein absoluter feuchter Traum, glaube ich. Alles klar, das war jetzt wohl absolut das Rundum-Programm zu den aktuellen DC-Serien und Gedankengängen, die uns durch den Kopf gehen. Und ihr merkt schon, das Ganze hier wird schnell zu einem, und das meine ich auf keinen Fall wertend, sondern eher so ein bisschen formatmäßig, also zu einem Laber-Podcast. Und das ist eine geile Sache, weil ihr merkt einfach, hier sind Leute am Start, die wollen über echt alles reden, können über alles reden, haben so viele Sachen gehört und sich so ein bisschen auszutauschen, finde ich persönlich immer saugeil. Und gerade wenn es da die Gelegenheit gibt, dass wir uns hier mal zusammen in Skype setzen und da ein bisschen eben reden, über Sachen, die uns bewegen, über Serien, die wir gesehen haben, über, ja, einfach Sachen aus dem Nerd-Kosmos. Ich habe mir heute zufälligerweise den am 15.11.2016 veröffentlichten Teaser zum Tele-Stammtisch nochmal angehört. Das ist eine ganz kurze Aufnahme, in der ich quasi so angekündigt habe, was euch da draußen, euch das Publikum erwartet. Und da rede ich eben auch jede Menge Dünnschiss, unter anderem rede ich auch davon, dass wir über unsere Hobbys reden und was da blub blub alles auf uns zukommen könnte. Und genau so ist es auch geworden. Das finde ich persönlich saugeil, weil sich hier Leute gefunden haben, die Bock haben zu reden. Und ich würde mich freuen, wenn es eben noch ein paar mehr Leute werden. Wenn auch ihr da draußen euch einfach mal meldet, wenn ihr Lust habt, ein bisschen mit uns über, ja, Hobbys zu sprechen. Wir hatten hier schon ganz viele Sachen am Start. Es ging um, zum Beispiel ging es um so Drohnen, so kleine Flugdrohnen. Es ging um Fotografie. Es ging bei uns schon um diese Rubik-Cubes, also diese Würfel, die man eben da, wo man die Farben quasi auf jeder Seite wieder vollständig machen muss. Und es ging um viele, viele, viele andere Sachen, neben Comics und Filmen. Und es wäre cool, wenn sich das weiter in die Richtung entwickelt. Das sind ja dann inzwischen jetzt schon, ja, deutlich über zwei Jahre, die der ganze Spaß hier läuft. Und ich möchte mich auch heute wieder bei meinen Gästen bedanken, insbesondere eben bei Pia, bei Dominik und bei Andi. Es war mir eine wahre Freude, dass ihr heute dabei gewesen seid. Aber gerne. Nächstes Mal sage ich auch mehr, wenn ich hier gesund bin. Danke, danke. Auch Pia, ich glaube, du hast heute eine ziemliche One-Girl-Show gemacht. Also, weil du einfach auch viel dazu erzählen hattest. Wir haben auch Themen ausgeklammert. Wir hatten jede Menge Sachen vor. Und ihr merkt einfach bei einem Format wie diesem, da könnte das sonst stundenlang dauern. Und ich sage mal so, wir sind ein Podcast, der merkt, wenn er zu lang wird. Und wenn wir nicht mehr extra Themen reinpacken sollten. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Applaus Vielen Dank.